Styx ist in der griechischen Mythologie neben Acheron, Lethe, Kokytos, Phlegeten und Eridanus ein Fluss der Unterwelt und eine Flussgöttin. Im Griechischen ist die Styx weiblich, was für griechische Flussnamen selten ist. Im Deutschen sind beide Geschlechter, sowohl der als auch die Styx geläufig. Mythos Styx ist nach Hesio die Tochter des Okanos und der Teis bei Hyginus ist sie die Tochter der Nyx und des Erebos. Entsprechend der Sage stellt der Fluss Styx die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades dar. Er umfließt den Hades neunmal. Die Seelen der Toten werden von Acheron, dem Fährmann, über den Fluss geschifft. Damit sie den Fährmann Acheron bezahlen konnten, wurde den Toten eine Münze unter die Zungen gelegt und somit in den Tod mitgegeben. Verstorbene, denen diese Münze nicht mitgegeben wurde, mussten die Ewigkeit am Ufer des Flusses verbringen. Was das Begräbnis und die ordentliche Totenweihe außerordentlich wichtig machte. Dem Wasser des Flusses Styx wurden verschiedene Eigenschaften zugesprochen. Zum einen wurde Achilles, der Held der Ilias, von seiner Mutter Tethys darin gebadet, was ihn unverwundbar machte. Nur die Fasse, an der sie ihn festhielt, wurde nicht gebadet und so auch nicht unverwundbar. Diese Achillesfasse wurde ihm zum Verhängnis. Zum anderen galt das Wasser als giftig, Alexander der Große soll damit vergiftet worden sein. Ihren heiligsten Eid schworen die olympischen Götter in der Regel beim Styx. Der mutwillige Bruch eines solchen Eides hatte für sie schwerwiegende Folgen, nämlich den Verlust der Stimme für neun Jahre. Einer in der Antike weit verbreiteten Ansicht folgend wird der heutige Mavronerie bei Nonakris. Der im arkadischen Bergmassiv Arrania auf dem Peloponnes entspringt, mit der antiken Styx identifiziert. Andere antike Lokalisierungen vermuteten die Styx auf Heuböa, am Avernersee bei Küme oder bei Ephesos. Rezeption Der Totenfluss Styx taucht später vielfach als literarisches Motiv auf, so etwa in Dantes göttlicher Komödie, bei Thomas Mann in Tod in Venedig. Der Kleiderschrank und die Betrogene sowie in dem Gedicht Don Juan in der Unterwelt von Charles Baudelaire. Else Lasker-Schülers erster Gedichtband trägt den Titel Styx. Auch in der Musik dient er als Titelgeber, beispielsweise in Kompositionen von Michael Bayel, Erwin Koch, Raphael, Gia Cancelli oder in dem Saint-Jean-Ride-On-Styx der Popmusikgruppe Chiabula sowie dem Namen der Rockgruppe Styx. Lebend über den Styx ist der Name einer Passage im Computer, Konsolenspiel Assassin's Creed, Revelations und God of War III. Am 2. Juli 2013 wurde der fünfte Mond des Zwergplaneten Pluto auf Basis eines nach einer Internetabstimmung eingereichten Namensvorschlages Styx benannt.